Ja, neun Punkte in acht Spielen. Du hast erst acht Spiele gemacht, nicht wie andere bereits 13. Du warst verletzt. Wie geht's dir momentan? Bist du hundert Prozent fit? Deine Punkte lassen zumindest drauf schließen. Ja, für mich persönlich läuft es ganz gut dieses Jahr. Da freue ich mich natürlich drüber. Aber umso schöner, dass wir mit der Mannschaft natürlich ganz oben stehen in der Tabelle. Und das ist so oft, wie wir es immer sagen, immer das Wichtigste. Und deswegen, das Persönliche ist natürlich schön für jeden Einzelnen, aber im Endeffekt zählt nur die Mannschaftsleistung. Aber es trägt ja zumindest dem ganzen bei, ist ja zuträglich, wenn man auch Punkte macht. Trotzdem habt ihr ein bisschen das Problem, du und der Wolfi. Ihr habt lange mit dem Dejardin zusammengespielt. Der ist direkt vor der Saison ausgefallen in eurer Mitte. Ihr habt da ein bisschen mit anderen Mittelstürmern jetzt spielen müssen. Wie ist das denn? Ist das ein großer Prozess? Ja, ich meine, wenn man so lange zusammenspielt wie wir drei, versteht man sich wirklich blind auf dem Eis. Ich glaube, jetzt hat der Wolfi noch mal ein paar Spiele ohne mich auch gemacht. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir dann wieder zusammenspielen können. Aber ich denke, wir haben jetzt ein paar Mittelstürmer ausprobiert und jetzt sind wir beim Smitty angelangt. Und ich glaube, jetzt sind Augsburgs erstes Spiel zusammen. Das lief eigentlich ganz gut auf Anhieb. Kannst du ein bisschen so eure Reihe charakterisieren, wie ihr eure Rollen da seht, du und der Wolfi? Und was für einen Mittelstürmer ihr dann dementsprechend eben braucht? Ja, ich glaube einfach, dass wir, natürlich sind wir technisch versierte Spieler, aber wir sind auch ziemlich groß und gewinnen Zweikämpfe. Wir brauchen nicht so die Unterstützung zwischeneinander, weil wir individuell sehr viel mit unserer körperlichen Masse auch regeln können. Und deswegen ist es immer nicht so einfach für Spieler, die es gewohnt sind, vielleicht ein bisschen enger aneinander zu spielen, zusammen zu spielen. Wir müssen uns erstmal wieder aneinander gewöhnen alle. Und ich glaube, das ist jetzt auch Mims Midi natürlich ein super, super Mittelstürmer. Mit dem wird es dann natürlich auch von Spiel zu Spiel besser, nehme ich an. Nimm uns mal kurz mit in die Kabine. Wie ist denn die Stimmung dort momentan? Es ist eine schwierige Zeit für alle. Ich meine, das ist oft genug schon gesagt worden. Aber wie könnt ihr das überbrücken? Wie könnt ihr das Beste daraus machen? Weil es kommt ja doch auch sehr auf die Chemie innerhalb der Mannschaft an. Ja, gut. Ich denke, wir sind alle froh, wie wir jeden Tag in die Kabine kommen können. Hin oder her mit Familien zu Hause zu sitzen, das wird dann auch irgendwann ein bisschen langweilig. Und ich glaube, da freut sich jeder dann wieder irgendwie so ein bisschen soziales Umfeld um sich herum zu haben. Und das haben wir in der Kabine. Und ich glaube, wir mögen uns alle, sind außerhalb. Ich glaube, ein Großteil ist auch sehr gut miteinander befreundet. Klar, die Deutschen, die hier auch im Sommer verbringen, bringen viel Zeit, seit Jahren schon zusammen. Deswegen kennen wir uns schon sehr gut. Und deswegen ist es immer schön, in die Kabine zu kommen. Training hin oder her. Aber man macht Späße miteinander, was man halt jetzt gerade in der Zeit leider nicht machen kann. Weil man halt die Abstandsregelung und Lockdown hin und die Curfews und alles einhalten muss. Weil das halt einfach so ist, bis es besser wird. Aber ich denke, dass wir dadurch dann wenigstens den sozialen Kontakt untereinander haben. Was natürlich viel, viel weiter hilft. Ganz kurz noch dazu. Es ist ja auch ziemlich kompliziert für euch. Ihr müsst euch hier testen lassen, dann bestimmte Sachen beachten und so weiter. Ist das inzwischen schon so etwas, an was man sich gewöhnt hat? Oder ist es jetzt so, dass man sagt, Mensch, bald ist es vorbei. Hoffentlich ist es bald vorbei. Ich glaube, das Eiswegspiel allgemein hat Routinen. Und dieses Jahr ist die Routine ein bisschen anders mit den Testen. Ich denke, am Anfang war das ein bisschen ungewohnt. Aber mittlerweile haben die Jungs, die da auch immer reinkommen und Mädels, die uns testen, die machen einen super Job, die bauen alles auf. Das ist innerhalb von Sekunden alles abgewickelt. Fließband praktisch. Wirkliche Fließband. Ich meine, wir werden dreimal die Woche getestet. Aber mittlerweile ist es einfach, wie sich die Schlittschuhe zuzumachen. Das gehört einfach dazu jetzt gerade. Andererseits, wenn es halt wieder anders ist, sind wir auch nicht böse. Und wenn die Fans wieder da sind. Das sowieso. Alles klar, ich wünsche dir ein gutes Spiel gegen Straubik. Danke, danke.